Am 15. Januar 1919 wurden sie in Berlin erschossen, vor 100 Jahren. Und damit herzlich willkommen zur RBB24 am Sonntagabend. Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Tausende Menschen haben heute in Berlin an die Kommunistenführer erinnert, mit der traditionellen Kranzniederlegung in Friedrichsfelde, aber auch mit Demonstrationen. Doch was ist das Erbe von Rosa und Karl? DDR-Kritiker sagen, der Umgang mit den beiden sei nicht differenziert genug. Fast schon romantisierend. Und auch 100 Jahre nach ihrer Ermordung haben die beiden neue, ganz junge Anhänger. Jugendliche und junge Erwachsene auf dem Weg durch den Berliner Tiergarten. Alle aktiv in der sozialistischen Jugend, die Falken. Wo Karl Liebknecht vor 100 Jahren erschossen wurde, legen sie Blumen nieder. Sie haben sich zuvor intensiv mit dem Vermächtnis Luxemburgs und Liebknechts sowie der Geschichte rechter Gewalt auseinandergesetzt. Für sie gehen Erinnerung und politisches Engagement Hand in Hand. Natürlich ist es so, dass die Verhältnisse sich noch nicht geändert haben und wir irgendwie immer noch glauben, dass eine bessere, eine andere Welt möglich ist. Und sich an historische Ereignisse zu erinnern, kann irgendwie produktiv sein für das eigene politische Weiterkommen. Und wir leben heutzutage mehr, gefühlt mehr denn je, in Zeiten, in denen sich der Diskurs, in denen sich alles immer weiter nach rechts verschiebt, in dem rechte Gewalt wieder mehr zunimmt, rechte Parteien an Zulauf bekommen. Und gerade jetzt ist es wichtig wie nie zuvor, weiter für die befreite Gesellschaft, für das gute Leben zu kämpfen. Wenn die Parteispitze der Linken an Rosa und Karl erinnert, steht ihr Auftritt an der Gedenkstätte der Sozialisten auf dem Friedhof Friedrichsfelde auch in der Tradition der Luxemburg-Liebknecht-Feiern der DDR. Das war verordnete Verherrlichung und wenig Freiheit für Andersdenkende. Diese heiligen Legende von Karl und Rosa war ein wichtiger Mythos für die DDR. Und gleichzeitig wurden Leute verhaftet, weil sie zu diesem Grab marschiert sind und diesen Satz auf ihrem Transparent hatten, weil eben das ZK der SED jedes Jahr festgelegt hat, welche Parolen dort gezeigt werden durften. Luxemburgs Aktualität sieht der Historiker woanders. Wie sie für ihre Gedanken gestritten hat und wie sie immer für das Eingetreten ist, was ihr wichtig war. Sie müssen auch bedenken, sie war eine Frau. Sie hat 20 Jahre für eine Partei gekämpft, die sie nicht mal wählen durfte, geschweige denn, dass sie irgendwelche Mandate dort in Aussicht gehabt hätte. Sie hatte nie irgendein Amt in der SPD und hat sich für diese Partei aufgeopfert wie wenige andere. Das finde ich doch durchaus alles noch sehr aktuell. So sind es auch aktuelle politische Themen, die viele junge Menschen auf der großen Luxemburg-Liebknecht-Demo mitziehen lassen. Ich sehe mich in der Mitte einigermaßen der Gesellschaft, aber ich sehe, dass es Leute gibt, denen es schlechter geht, die härter arbeiten, als ich es wahrscheinlich tun werde. Das halte ich für ungerecht. Aber ich sehe auch, dass es Leute über mir gibt, die weniger arbeiten, deutlich weniger arbeiten und eben deutlich mehr kriegen. Die Frage ist natürlich auch, die Demokratie, die wir haben, die parlamentarische Demokratie, ist sie so wie sie ist? Ist sie denn perfekt? Ist sie das Beste, was wir haben können? Oder können wir eigentlich noch was viel Besseres haben? Es ist kritischer Protest, der viele 100 Jahre nach dem Mord an den Sozialistenführern antreibt und nicht nur ritualisiertes Gedenken.